Um der Wahrheit in jeder Gestalt zu dienen, schreibe ich auf, dass ich in der Neujahrsnacht zwischen 1830 und 1831 folgenden Traum gehabt, der auf meinen Tod in jenem Jahr hindeutet. Von meinem sechsten bis zum zehnten Lebensjahr hatte ich einen Spielkameraden, Gottfried Jänisch, der starb, als ich in meinem zehnten Jahr war. Arthur Schopenhauer und die Philosophie des Traums Ein Feature von Barbara Zillmann In besagter Nacht kam ich in ein mir unbekanntes Land. Eine Gruppe Männer stand auf dem Felde und unter ihnen ein erwachsener, schlanker Mann, der mir, ich weiß nicht wie, als Gottfried Jänisch bekannt gemacht wurde. Der Jugendfreund grüßt aus dem Reich der Toten. Er heißt Schopenhauer Willkommen. Es ist das Jahr, in dem Berlin von der Cholera heimgesucht wird. Als im Sommer viele Menschen sterben, erinnert sich Arthur Schopenhauer an den Traum und verlässt die Stadt. Wir haben Träume. Aber ist nicht etwa das ganze Leben ein Traum? Oder bestimmter, gibt es ein sicheres Kriterium zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Phantasmen und realen Objekten? Arthur Schopenhauer, der Philosoph des frühen 19. Jahrhunderts, ist vor allem als missmutiger Kauz bekannt, der seine Umwelt mit scharfen Worten attackierte. Philosophenkollegen, Frauen, seine Nachbarn. Wilhelm Busch zeichnete ihn beim Spaziergang mit Stock, Gehrock und einem seiner Pudel, den er Atmar Weltseele nannte. Wenn er böse auf ihn war, soll er geschimpft haben, du Mensch. Doch hinter der Fassade eines wunderlichen Provokateurs formuliert Schopenhauer Fragen, die bis heute aktuell sind. Wie und wo entstehen Träume? Ist das, was wir erleben, überhaupt die Wirklichkeit? Was hält das menschliche Denken und Fühlen in Gang? Arthur Schopenhauer folgt den Spuren des Unbewussten fast 100 Jahre vor Sigmund Freud. Doch in Schopenhauers Zeit interessiert sich kaum jemand dafür. Noch gilt die Ratio, der von der Aufklärung gefeierte Verstand, als Königsweg der Erkenntnis. Denn auch die Welt erscheint vernünftig. Der Schopenhauer Biograf Robert Zimmer. Wenn man mal kurz nur zurückblickt auf die Geschichte der westlichen Philosophie, so stellt man ja fest, dass der Körper immer dem Geist untergeordnet war und dass die Interpretation der Welt immer so lief, dass sie eine vernunftgeordnete Welt ist. Dass sie also eine Welt ist, hinter der eine ordnende, vernünftige Hand, ein vernünftiges Prinzip steht, ob das jetzt die Vernunft der Griechen ist oder ob das der christliche Schöpfergott ist. Und Schopenhauer geht einen ganz anderen Weg. Er stößt über die Beobachtung der Welt auf die Tatsache, dass unsere Welt eben nicht rational, sondern irrational ist. Dass sie chaotisch ist. Dass hinter unserer Oberflächenwelt und Vorstellungswelt eine ziellose Energie steckt, die er Wille nennt. Der Wille ist bei Schopenhauer aber kein wohlüberlegter Entschluss, sondern ein archaischer Überlebensdrang, eine unbewusste Wirkkraft, die rational nicht zu begreifen ist. Dennoch prägt sie das Leben jedes Einzelnen, sein Wesen, sein Schicksal. Auch Natur und Kosmos sind von dem Willen zum Leben durchdrungen. Und die Erfahrung dieses universalen Prinzips des Willens erfolgt nicht über unseren Geist, über unsere Vernunft, sondern über unseren Körper. Und das ist revolutionär. Das Hauptwerk Schopenhauers trägt den Titel »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Darin erläutert der Philosoph die beiden Kernbegriffe seines Denkens. Unter Vorstellung versteht er die Welt, wie sie dem Menschen erscheint. Durch den Filter des rationalen Denkens, vergleichbar einer grünen Brille, die man nicht ablegen kann. Diese Einschränkung bedeutet, hier bezieht sich Schopenhauer auf Immanuel Kant, dass der Mensch das Wesen der Welt im Grunde nicht erkennen kann. Schopenhauer sucht nun die letzte Wahrheit, oder das, was die Welt im Innersten zusammenhält, in einer triebhaften körperlichen Lebensenergie. Für alle Philosophen vorher war der Geist eigentlich das Erkenntnisorgan schlechthin. Der Körper konnte eigentlich nichts erkennen. Der Körper war das Untergeordnete. Er war eigentlich etwas Minderes. Er war sogar das, was von der Erkenntnis ablenkte. Und für Schopenhauer führt der Weg ins Innere der Welt über die Erfahrung des Leibs. Im Körper, vor allem in der Sexualität, ist die persönliche Lebensenergie, der so verstandene Wille, für jeden Menschen spürbar. Aber auch in Aggressionen und Glücksgefühlen. Und in den Träumen. Prägen sie unser Leben mehr, als wir denken? Arthur Schopenhauer. Vielleicht sind es prophetische, beim Erwachen vergessene Träume, die unser Handeln leiten und unserem Leben die Gleichmäßigkeit des Tones und die dramatische Einheit erteilen. 1788 wurde Arthur Schopenhauer in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Danzig geboren. Mit 15 Jahren beginnt er auf Wunsch des Vaters eine kaufmännische Lehre in Hamburg, obwohl er eigentlich Gelehrter werden will. Doch der Junge weiß sich zu helfen. Wenn berühmte Redner in die Stadt kommen, wie der Gehirnforscher Franz Josef Gall, dann nimmt er sich frei. Nie hat es einen schlechteren Handlungsbeflissenen gegeben als mich. Als der berühmte Stirnschauer und Urheber der Schädellehre Gall Vorlesungen hielt, hinter ging ich, um seine Vorträge fleißig hören zu können, meinen Lehrherrn täglich mit List und Betrug. Die menschliche Anatomie, die damals ein beliebtes öffentliches Thema war, faszinierte Schopenhauer. Auf den ausgiebigen Reisen, die er getätigt hat als Jugendlicher mit seinen Eltern. Da war er unterwegs in ganz Europa und zu dem Reiseprogramm zählte immer der Besuch von Museen. Und da hat er sich auch immer für Naturalien im damaligen Sinne interessiert, also ausgestopfte Tiere, auch Menschen. Als Arthur 17 ist, stirbt der Vater unerwartet. Hinter vorgehaltener Hand spricht man von Selbstmord. Ein Grund mehr für den Hamburger Lehrling, sich mit den hintergründigen Seiten des Lebens zu befassen. Die Mutter zieht nach Weimar und eröffnet dort einen literarischen Salon. Bei Besuchen lernt der Sohn Goethe, Wieland und andere berühmte Persönlichkeiten kennen. Er wagt nun, seine Lehre abzubrechen und beginnt in Göttingen ein Studium der Medizin und Naturwissenschaften, studiert dabei auch Platon und Kant. Durch ein üppiges Erbe des Vaters kann er seinen vielseitigen Interessen nun frei nachgehen. Doch der selbsternannte Philosoph startet mit schwerem Gepäck. Manchmal ist er depressiv und schüchtern, in Liebeslingen hat er wenig Glück. Das Leben ist eine missliche Sache. Ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken. Nachdenken über das Leben, das bedeutet für Schopenhauer auch die kritische Auseinandersetzung mit seinen Lehrern und Vorbildern, den Philosophen des deutschen Idealismus. Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sie alle vertrauen auf den Fortschritt der Geschichte, die Kraft der Vernunft und eine moralische Besserung der Menschen. Schopenhauer setzt ein pessimistisches Weltbild dagegen. Die Geschichte sei ein Gauklerspiel, eine ziellose Abfolge von Kriegen und Katastrophen, getrieben von einem blinden Überlebenswillen. Der Wille bei Schopenhauer ist eben kein geistig oder vernünftig bestimmtes Prinzip etwas, das wir steuern könnten. Sondern es ist sozusagen der Gegenpol zum Geist und zur Vernunft. Es ist das, was in uns wirkt, über das wir aber keine Kontrolle haben. Sigmund Freud wird später das Unbewusste als treibende Kraft ganz ähnlich beschreiben und versuchen, es in den Träumen zu entschlüsseln. Schopenhauer geht es zunächst darum, die Träume aufzuwerten. Von einem höheren Standpunkt aus ist zwischen Leben und Traum kein Unterschied aufzufinden. Das philosophische Nachdenken über Träume ist alt. In der Antike deutete man sie als Botschaften aus der Götterwelt. Herrscher richteten ihre politischen Entscheidungen nach den Eingebungen im Schlaf. Der Aufklärer René Descartes hingegen war sich im 17. Jahrhundert sicher, dass die Wahrheit nur im wachen Geist, im Reich der Ratio und der Wissenschaften zu finden sei. Auch Immanuel Kant vermisste in der Traumwelt die Logik des Verstandes und unterschied beide Welten genau. Träume seien aber wichtig, als kreatives Spiel der Fantasie und mehr noch als lebenserhaltende Maßnahme. Denn sie könnten den Menschen vor dem Tod im Tiefschlaf bewahren. Der Schlaf scheint zur Sammlung der im Wachen aufgewendeten Kräfte notwendig. Aber eben das scheint auch der Fall mit den Träumen. So, dass die Lebenskraft, wenn sie im Schlaf nicht durch Träume immer rege erhalten würde, erlöschen und der tiefste Schlaf zugleich den Tod mit sich führen müsste. Der Schlafende werde durch das wilde Toben der Einbildungskraft innerlich wachgehalten, wenn der Körper schläft. Kant warnt aber, Nur muss man die Traumgeschichten nicht für Offenbarungen aus einer unsichtbaren Welt nehmen. Das sehen Dichter der Romantik ganz anders. Sie schätzen die Nachtzeiten des Lebens, mystische Erfahrungen und die intensive Sinnlichkeit der Träume und sprechen ihnen einen visionären Charakter zu. 1814 erscheint eine vielgelesene Schrift über die Symbolik des Traums, verfasst von dem Arzt und Naturphilosophen Gotthilf Heinrich von Schubert. Er ist nur wenig älter als Schopenhauer. Traumfantasien sprechen eine eigene Sprache, so meint Schubert. Sie verbinden den Menschen mit Natur und Kosmos. Zur gleichen Zeit fragen Mediziner nach der physikalischen Beschaffenheit des Gehirns. Das sogenannte Denkorgan wird zum beliebten Forschungsgegenstand und, wie andere Körperteile auch, gerne seziert. Diese Leiche ist hier auf den Tisch gelegt, damit jetzt der Anatom kommt, um den Körper zu eröffnen, quasi eine Sektion vor versammeltem Publikum durchzuführen, um dann die Organe zumindest in ihren groben Strukturen, großen Strukturen, wie sie sinnvoll ineinander greifen, vorzustellen. Das wird also, ist also hier die Vorbereitung getroffen worden für eine sogenannte Lehrsektion. Professor Thomas Schnalke führt durch das Medizin-Historische Museum der Berliner Charité in einem historischen Backsteinbau an der Spree. Ein alter Kupferstich zeigt das sogenannte Anatomische Theater in Berlin. Ein Hör- und Lehrsaal für angehende Mediziner in Form eines Amphitheaters. Kleiner Bühne, aufsteigenden Sitzreihen, einem Vorhang und Engelchen, die über allem schweben. An beiden Seiten der Bühne stehen Gläser mit Körperteilen zum Betrachten. Über 50 Zuschauer, viele mit Perücke, haben auf den Rängen Platz genommen. In der ersten Reihe unten, direkt am gleichen Tisch, saßen die Kollegen des Anatomen, also die anderen medizinischen Professoren. In den zwei Reihen darüber sind das in aller Regel Studierende der Medizin oder Lehrende in der Medizin, hin und wieder auch einige Hebammen, hin und wieder auch die künftigen Apotheker, die dort Platz nehmen können. Das heißt, Reihe 234 ist für das medizinische Personal vorbehalten. Und ganz oben in Reihe 5 und 6 dürfen letztendlich auch noch die Bürger und Bürgerinnen Berlins hin und wieder an einer öffentlichen anatomischen Demonstration teilnehmen. Unter den Zuschauern könnte auch der junge Arthur Schopenhauer gewesen sein. Denn wer Medizin studierte, lernte das anatomische Handwerk in einem solchen Saal. Schopenhauer war 1811, mit 23 Jahren, von Göttingen nach Berlin gezogen, um an der neu gegründeten Humboldt-Universität zu studieren. Dort hörte er die Vorlesungen bekannter Philosophen wie Fichte oder Schleiermacher. Doch der menschliche Körper interessierte ihn immer noch. 1813 vermerkte er in seinem Studienbuch eine Vorlesung zur Anatomie des menschlichen Gehirns. Robert Zimmer Was sind die Grundlagen des Lebens? Was hält Körper und Geist zusammen? Und vor allem, was treibt den Menschen an? Neben philosophischen und medizinischen Vorlesungen besucht Arthur Schopenhauer mit Interesse auch die melancholische Station der neu erbauten Charité vor den Toren der Stadt. Und da gibt es auch eine sehr frühe sogenannte Irrenabteilung, in der man versucht hat, einen neuen Weg zu gehen in der Behandlung der psychiatrisch Kranken, wie wir heute sagen würden. Neu deswegen, weil man jetzt zum ersten Mal akzeptiert hat, dass Geisteskrankheiten eine organische Ursache haben. Der Naturwissenschaftler Pierre-Jean-Georges Gabany hatte nämlich entdeckt, dass sich das Gehirn in verschiedene Bereiche gliedert. Und der Mediziner Franz Josef Gall, den Schopenhauer bereits als Lehrling kennenlernte, vermutete, dass Gehirn und Denken von der Tätigkeit des Nervensystems abhängen. Diese Thesen brachten damals ein Weltbild ins Wanken. War die Kraft der unabhängigen Vernunft, die Fortschritt und Moral voranbringen sollte, eine Illusion? Sprachen die Meinungsführer der Zeit, allen voran der Philosoph Hegel, von einem Weltgeist, den es gar nicht gab? Ja, meinte Arthur Schopenhauer und argumentierte gern provokant. Doch es gibt auch für ihn einen Wesenskern, einen Charakter jedes Menschen, den man mit heutigen Worten als Bestimmung bezeichnen könnte. Hier öffnen Träume ein Fenster zur persönlichen und kosmischen Wahrheit, ebenso jene geistigen Zustände, die dem Traum damals verwandt schienen und als abnorm, verrückt oder unwirklich galten. Depressionen, Wahnvorstellungen, Hellseherei, Schlafwandelei oder die Überzeugung mit Verstorbenen zu reden. In diesen Zuständen seien nicht nur die Gesetze von Raum, Zeit und Kausalität, sondern auch die Furcht aufgehoben. Dass der Nachtwandler ohne Fehl und Furcht die gefährlichsten Wege durchläuft, wie er es wachend nimmermehr könnte, ist daraus erklärlich, dass sein Intellekt nur insoweit tätig ist, als es die Lenkung seiner Schritte erfordert. Wodurch die Reflexion, mithin alles Zaudern und Schwanken, eliminiert ist. Und der Wille, die innere Antriebskraft des Menschen, kann sich frei entfalten. Schopenhauer besuchte Patienten der Charité, die an Wahnvorstellungen litten, und ließ sich ihre inneren Bilder erzählen. Wo im Körper entstanden sie? Er vermutete ein Traumorgan in den sogenannten Ganglien im vegetativen Nervensystem. Schopenhauer blieb aber nicht bei einer materialistischen Betrachtung der Träume stehen. Das Traumleben, auch wenn es vom Körper gesteuert ist, sei vielmehr voller Sinn und ein Ausdruck des unbewussten Willens. Die Träume seien dabei eine Art Lotse durch die verborgenen Kammern des Unbewussten. Das Träumen, auch das quälende Alpdrücken, sei eine Bereicherung. Also eine Horizonterweiterung in dem Sinne, dass es die Sicht freigibt auf eine Wirklichkeit, die viel größer ist und weiter ist als die, die wir normalerweise erfahren. Das gehört für Schopenhauer nicht nur zur Wirklichkeit dazu, sondern das ist für ihn ein Stück Tiefenwirklichkeit, also ein Stück hin zum wahren erweiterten Verständnis unserer Wirklichkeit. Also er hat die Wertung des Traums umgedreht. Ähnlich wie der spanische Dramatiker Pedro Calderón de la Barca aus dem 17. Jahrhundert. Er hatte ein Stück geschrieben mit dem Titel »Das Leben ist ein Traum«, das Schopenhauer gern zitierte. Das, was wir normalerweise als wirklich empfinden, unser Leben, ist in Wahrheit nur ein Traum. Und das, was wir träumen, führt uns in die Wirklichkeit, weil im Traum die Schablonen und Strukturen, die unsere normale Weltsicht bestimmen, also zum Beispiel räumliche und zeitliche Ordnungen, zum Teil aufgebrochen werden. Diese Irrationalität wertet Schopenhauer als Befreiung. Er geht noch weiter und stellt die Frage, was ist, wenn wir am Ende unseres Lebens aus einem Traum aufwachen, den wir das Leben nennen? Der Tod ist für Schopenhauer nicht das Ende. Er ist nur das Ende unserer Individuation und unserer Vorstellungswelt. Und er ist ein Zurückgehen in eine große Einheit. Und insofern ein Erwachen aus einem Traum und ein Eingehen in die Wirklichkeit. Die uralte Weisheit der Inder spricht. Es ist der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehen lässt, von der man weder sagen kann, dass sie sei, noch dass sie nicht sei. Denn sie gleicht einem Traum, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, welchen der Wanderer von Ferne für ein Wasser hält. Ist das wissenschaftliche Weltbild eine Fata Morgana? Schon als Student fühlte Schopenhauer eine Seelenverwandtschaft zu fernöstlichen Lehren. In den Upanishaden, der Urschrift des Hinduismus, fand er seine skeptische Erkenntnislehre bestätigt. Die buddhistische Vorstellung vom Nirwana, dem Nichts am Ende des Lebens, versprach ihm zugleich eine Erlösung von den leidverursachenden Trieben. Heute beschäftigen sich umgekehrt asiatische Wissenschaftler mit den Lehren Schopenhauers. Michaela Habelitz zeigt Fotos von einem Schopenhauer-Kongress in Indien. Hier sehen wir Arthur Schopenhauer. Das ist ein frühes Porträt und direkt daneben eine indische Heiligendarstellung. Und allein diese Art, ganz unvermittelt die Welt der indischen Heiligen neben Arthur Schopenhauer zu stellen, fand ich natürlich als bildende Künstlerin angenehm, erfrischend. In der indischen Universität waren zudem Blütenmandalas auf die Erde gestreut, die von den Kongressteilnehmern durchstritten wurden und dabei zerstoben. Ein Zeichen von Vergehen und Veränderung. Die gelassene Haltung zum Leben und zum Denken hat Michaela Habelitz beeindruckt. Wie wohl auch Arthur Schopenhauer vor 200 Jahren. Er sah in Kunst und Musik Möglichkeiten, stimmige, nicht leidvolle Erfahrungen zu machen, den eigenen Lebensimpulsen Ausdruck zu verleihen und der Welt etwas zu schenken. Künstler verschiedener Epochen haben sich durch diesen Gedanken inspirieren lassen. Wie etwa der Maler Giorgio de Quirico mit seinen surrealen Bildern oder Samuel Beckett mit seinen eigenwilligen Theaterszenen. Auch die Berliner Künstlerin fühlt sich verstanden. Der innere Kern, um etwas weiter auszudrücken, ist tatsächlich oft bei mir auch ein Traum. Etwas, was sich im Traum kristallisiert oder vielleicht kondensiert. Das ist ganz, ganz entscheidend. Man kann sich dagegen ja gar nicht wehren, letztendlich. Der Traum als Geburtsstätte einer neuen Wirklichkeit. Träumen als kreativer Akt. Das eigene poetische Wirken im Traum übersteigt alles, was wir mit Absicht und Reflexion vermöchten. Wir sind gerade durch die Fahrgasse gelaufen und haben uns dem Ort genähert, an dem das Schopenhauerhaus stand, in der schönen Aussicht. Schopenhauer wohnte von 1843 bis 1849 in dem Haus mit der Nummer 17. Thomas Regeli leitet die Schopenhauer-Gesellschaft in Frankfurt am Main. Gern zeigt er Schopenhauers Welt am Mainufer, wo der Philosoph seine letzten Lebensjahrzehnte verbrachte. Hier, nahe einer großen Bibliothek, konnte er gut lesen, schreiben und nachdenken. Er hatte zwei Pudel, zwei schöne, große Königspudel, sehr gelehrige Tiere, die dann auch zum Brötchenholen geschickt wurden. Lange Zeit nahm niemand seine Werke zur Kenntnis. Eigenwillig und manchmal ängstlich soll Schopenhauer gewesen sein. Eine Pistole besaß er und hatte Angst vor dem Barbier. Der könne ihm die Kehle verletzen. Aber er spielte auch täglich Flöte. Der Tagesablauf gestaltete sich so, dass Schopenhauer so gegen sieben aufstand, sich dann wuß, mit einem stattlichen Schwamm, die Augen badete, sich den Kaffee bereitete und dann den Vormittag zur geistigen Arbeit nutzte. Das war ja das Zentrum seines Lebens, die geistige Arbeit. Wichtige Bücher von ihm sind hier in Frankfurt geschrieben worden oder er hat neue Auflagen seiner schon veröffentlichten Werke dann neu herausgebracht. Geschrieben wurde hier dann vor allen Dingen sein Erfolgswerk, die Parerga und Paralipomena, die 1851 rauskamen und ihm dann noch Weltrum verschaffen. Parerga und Paralipomena heißt wörtlich Nebenwerke und Nachträge. Der Band enthielt die brillant formulierten Aphorismen zur Lebensweisheit, aber auch die Abhandlung über das Geistersehen. Hier und in dem mehrfach überarbeiteten Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« fand Schopenhauer eine starke Metapher für den Zusammenhang von Traum und Wirklichkeit. Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang heißt wirkliches Leben. Nur wer beide Seiten entschlüsselt, so Schopenhauer, erhält eine Ahnung von der Wirklichkeit. Am Tage versuchen wir die Welt mit dem Verstand zu lesen und in der Nacht erholen wir uns davon in Erinnerungen und Traumbildern. Spielerisch. Wann aber die jedesmalige Lesestunde zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist, so blättern wir oft noch müßig und schlagen ohne Ordnung und Zusammenhang bald hier, bald dort ein Blatt auf. Oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber immer aus demselben Buch. Schopenhauers Vorstellungen über das Träumen sind selbst Fragmente geblieben. Sie enthalten aber schon viele wichtige Elemente der freudschen Traumtheorie. Die Verdrängung als psychischen Rettungsanker, Ansätze zur Traumdeutung, die Sexualität als stärksten Trieb oder Brennpunkt des Willens, aber auch die Erkenntnis, dass das Unbewusste sich nur schwer bändigen lässt. Schopenhauer bereitete zugleich der Neurobiologie den Boden, indem er Gehirn und Denken naturwissenschaftlich und unromantisch beschrieb. Der Biograf Robert Zimmer beschreibt in seinem Buch »Arthur Schopenhauer, ein philosophischer Weltbürger« die Wende, die Schopenhauer in der Forschungslandschaft seiner Zeit einleitet. Er ist ein Stichwortgeber unseres modernen Zeitalters. Er war ein Mann, der die Tradition aufnahm, sie umformte, revolutionierte und sozusagen fit machte, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, für die Diskussionen des 20. Jahrhunderts und auch des 21. Jahrhunderts. Also ich denke, Schopenhauer ist das große Scharnier. Auch die Art, wie wir heute eine ganz enge Verbindung sehen zwischen Materie und Geist, alles das ist bei Schopenhauer vorgedacht oder zumindest in die Wege geleitet. In seinen letzten Jahren erlebte Arthur Schopenhauer noch eine kurze Phase des Ruhms. Man suchte nun seine Gesellschaft und traf auf einen geistreichen, eloquenten Gesprächspartner. Er starb am 21. September 1860 mit 72 Jahren und war überzeugt, die Menschheit hat einiges von mir gelernt, was sie nie vergessen wird.